hier seht ihr gerade einen linux benchmark test mit der foronix test suite die läuft auf einem 1000 he einem asus ipc 1000 he hat mir bei der installation allerdings schon einige fehler angezeigt und gibt hier auch diverse warnungen aus die spezielle test suite die ich ausgewählt habe nannte sich netbook ich schaue noch mal wie der ablauf hier am ende ist und nehme das auch noch mal auf video auf falls es nicht besser sein sollte gucke ich mal ob ich einen anderen test finde der womöglich nicht so viele fehler so viele fehler auswirft sondern eher richtige ergebnisse